Hallo und herzlich Willkommen bei FinalGaming. Hier ist euer Lanza und ich darf euch heute das Search Deck zum überarbeiteten Hero Steel vorstellen. Wer noch nicht weiß, was an Steel geändert wurde, kann sich gerne unser Übersichtsvideo zum Update der Version 40 anschauen. Vorab möchte ich noch gesagt haben, dass das Deck hier keine feste Buy-Order hat. Ihr müsst also situativ entscheiden, was ihr wann benötigt, um euer Team optimal unterstützen zu können. Daher gehen wir heute von den Start-Items zu den Übergangskarten und gucken uns dann an, was wir im Full-Bit am Start haben. Wie das Ganze dann in einem Gameplay aussieht, könnt ihr euch wie immer bei RepsPlay auf dem Kanal anschauen. Kommen wir also mal zum Deckersteller und schauen uns an, womit wir unser Team beschützen können und den Gegner zerstampfen werden. Als Hauptkarte haben wir den Centurial dabei, um für noch mehr Tankiness bei aktivem Orb-Prime zu sorgen. Als Dummy Ward haben wir das Schutz-Totum des Fürsten dabei. Lauft dahin, wo ihr gerne Vision hättet, platziert den Ward, portet euch back, verkauft die Karte und legt euch die Start-Items zu. Als Start-Kit legen wir uns das Heiler-Token und den Heil-Pot zu. Wer anfänglich mit seinem Mana-Pool nicht klarkommt, kann sich noch einen Mana-Pot einbauen. Und ansonsten als Filler-Karte können wir uns noch einen Lebenstoken für mehr Leben einpacken. Als Übergangs- und Zwischenkarten haben wir noch zweimal die Klinge der Härte dabei. Diese Klingen versorgen uns mit Macht, Leben und noch mehr Macht, wenn die Karte ausgebaut ist. Ausbauen können wir die Klingen jeweils mit zwei Kartenpunkte in Macht und einem CP in Leben. Dann können wir uns zwischendurch noch die Karte Löscherschuppen mitnehmen. Löscherschuppen versorgt uns mit Leben, Mana-Region und der passiven Mana-Region-Verbündete im Umfeld zu teilen. Wenn diese Karte dann ausgebaut wird, können wir uns und das Team heilen und alle erhalten dann noch Bonus-Armor. Das Ganze hat dann eine Cooldown von 80 Sekunden und kostet 75 Mana. Zum Ausbau dieser Karte haben wir dann noch insgesamt 180 Leben dabei. Da uns bei Steel etwas der Wave-Clear fehlt, haben wir noch die Karte Donnerspalter im Deck. Diese Karte kostet 5 CP, gibt uns Kinetik und Passiv erhalten Outdoor-Attacks im Nahkampf Bonus-Spalten-Schaden. Ausbauen können wir das Ganze dann mit insgesamt 16,5 Kinetik und erhalten dann noch die Aktive sofort, nochmal Bonus-Standardschaden im Umfeld zu verursachen. Das sind jetzt die Übergangs- bzw. Zwischenkarten gewesen. Schauen wir uns jetzt mal an, was der Kern des Decks ist. Dafür haben wir natürlich auch wieder eine Ward-Karte dabei, das Schutzzotum der Wache. Dieses Schutzzotum gibt uns Macht, Leben und den aktiven Wards platzieren zu können. Diese Karte können wir dann mit der Zeit mit insgesamt acht Kartenpunkten in Macht ausbauen. Nächste Full-Bit-Karte wäre dann noch das Juwel des Apostels für fünf Kartenpunkte. Dieses Juwel bietet uns Mana-Region, Lifesteal und die Aktive für ein paar Sekunden, Ability-Armor in Macht umwandeln zu können. Das Ganze hat dann noch eine Abklingzeit von 120 Sekunden. Und um dann auf Ranks zu kommen für die Apostel-Ult-Kombo können wir uns noch die Karte Teleblitz mitnehmen. Da haben wir dann Mana-Region und die Aktive uns für 75 Mana vorwärts teleportieren zu können dabei. Das Ganze hat 15 Sekunden Cooldown, wenn der Teleport geklappt hat. Solltet ihr allerdings Schaden nehmen, könnt ihr euch für fünf Sekunden nicht mehr vorwärts teleportieren. Für die nötige Tankiness gegen Standard-Schaden können wir uns noch die Gehärtete Platte mitnehmen. Diese Karte versorgt uns mit Standard-Armor und Leben. Das Ganze können wir dann mit insgesamt zehn Kartenpunkten in Armor nochmal verstärken. Und um unser Leben noch zu verlängern, haben wir die Karte Amulett des alten Magiers dabei. Diese Karte gibt uns Macht und Leben. Ausgebaut wird diese Karte dann mit insgesamt sechs Kartenpunkten in Leben und die letzte Karte mit insgesamt 18 Macht. Wenn wir dann dieses Amulett ausgebaut haben, erhalten wir noch den voll aufgewerteten Bonus von 120 Leben. Und als letzte Karte haben wir noch die Thermobande dabei. Thermo liefert uns 120 Leben und sechs Ability Armor. Dazu dann noch die passive Entschlossenheit. Entschlossenheit bedeutet, wir heilen uns um 12% des maximalen Lebens, wenn wir von HCC gehittet werden. Und das Ganze kann sich dann noch stacken. Also umso mehr CC wir erleiden, umso mehr Stacks dieses Life Gains erhalten wir. Hierbei können wir das Ganze dann noch mit insgesamt sechs Kartenpunkten in Leben weiter ausbauen. Damit hätten wir dann jetzt einmal das komplette The Search Deck für Steel durchgearbeitet. Kommen wir jetzt noch schnell zur Übersichtsseite. Hier auf der Übersichtsseite sehen wir links einen Teil des Full Builds. Dazu gehören das Schutztutem der Wache, die Thermobande und das Amulett des alten Magiers. Diese Karten zusammen und ausgebaut geben uns stattliche 1140 Leben, 78 Macht und sechs Ability Armor. Zusätzlich können wir noch Schutztutems platzieren und erhalten die passive Entschlossenheit. Entschlossenheit heilt uns anteilig des maximalen Lebens, das wir haben, wenn wir von CC gehittet werden. Und das Ganze kann sich stacken. Dann in der Tabelle oben die Übergangskarten mit Zweimarklinge der Härte, die uns mit Macht und Leben versorgen. Dann noch falls nötig Löcher schuppen, falls wir zwischendurch Heal und Bonus Armor benötigen. Unten in der Tabelle sehen wir dann noch die zweite Hälfte des Full Builds. Einmal das Juwel des Apostels. Diese Karte nutzen wir zum Engagen, wenn wir möglichst viele Stapel von Ability Armor haben, da wir hier Armor in Macht umwandeln. Folgend dann noch die Karte für Standard Armor und Leben. Dann haben wir noch die Karte Teleblitz als Gap Closer, um auf Range für die Ulti zu kommen. Entscheidet also völlig situativ, wann ihr roamen geht, wann ihr den Teleblitz benötigt, wann ihr tanky werden wollt und wann ihr euren Damage Output mit der Karte des Apostels verstärken möchtet. So, damit wären wir jetzt auch am Ende angekommen. Haut in die Comments, was ihr von Steel aktuell so haltet. Liked den Stuff, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr noch mehr Content von uns sehen wollt. Jede Form von Feedback hilft uns sehr. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit Steel und dem Search Deck. Habt einen wunderschönen Tag. Bis bald, euer Lanze.